Zwei Punkte dürfte Vladimir Putin mit der Veröffentlichung des Abgeordnengesprächs bezweckt haben. Erstens, eine Lieferung des Maßstuhlkörpers Taurus scheint noch unwahrscheinlicher. Und zweitens, einen Keil zwischen die westlichen Verbündeten zu treiben. Denn eben nicht nur die Bundeswehr kam sensible Informationen ans Licht, sondern auch über die Armeen westlicher Partner. Vor allem in Paris und London dürfte man da wirklich aktuell nicht besonders glücklich sein. Leonie von Rando. Als Zauderer in Sachen Waffenlieferungen gilt Deutschland unter den westlichen Verbündeten schon länger. Und jetzt auch noch als Sicherheitsrisiko. Nachdem russische Spione geheime Gespräche deutscher Top-Militärs belauschten, ist das internationale Ansehen Deutschlands innerhalb der Ukraine-Allianz beschädigt. Ich finde, das ist peinlich für Deutschland, das ist peinlich für die Bundeswehr. Ich glaube, dass damit ein Bärendienst für den Bundeskanzler und auch für unsere Position Partnerinnen und Partnern gegenüber geleistet wurde. Die Deutschen als naive Plaudertaschen? Eine solche Wahrnehmung Deutschlands unter den Verbündeten hat Konsequenzen. Der Vertrauensverlust im Bündnis, der schon zuvor immer relativ groß war, weil man nicht alle Geheimdienstinformationen gerade mit Deutschland geteilt hat, aus Sicht der USA, aber auch der Briten und Franzosen, das verstärkt sich durch diesen Abhörskandal. Die Ampelspitzen dringen auf eine schnelle Aufklärung des Abhörskandals, mahnen zugleich, sich nicht vom Kreml spalten zu lassen. Doch Deutschland ist bereits unter Friendly Fire aus Paris und London. Wir wissen, dass Deutschland von russischen Geheimdiensten ziemlich durchdrungen ist. Das zeigt, dass sie weder sicher noch zuverlässig sind, kritisiert etwa der britische Ex-Verteidigungsminister Ben Wallace. Erst vor wenigen Tagen hatte Kanzler Scholz London schon einmal gegen sich aufgebracht. Er gab öffentlich preis, Großbritannien beteilige sich vor Ort in der Ukraine am Einsatz seiner Storm-Shadow-Marsch-Flugkörper. Darüber war zuvor spekuliert worden, offiziell bestätigt wurde es aber nie. Angeknackst auch das Verhältnis mit Paris. Scholz watschte Präsident Macron öffentlich, ab nachdem der laut über westliche Bodentruppen in der Ukraine nachgedacht hatte. Macron wiederum lästerte über Deutschland, das zu Kriegsbeginn ja nur Schlafsäcke und Helme hatte liefern wollen. Die Gräben zwischen Deutschland und den westlichen Partnern, sie werden tiefer. Und einer lacht sich ins Fäustchen, Kreml-Chef Wladimir Putin. Schauen wir also nach Paris zu unserem Frankreich-Korrespondenten Peter Heusch. Denn Peter, lacht man denn aktuell in Frankreich über diese ganze Nummer oder ist man doch ziemlich sauer? Nele, also zum Lachen ist niemandem zumute. Ich würde mal sagen, was vorherrscht, ist Kopfschütteln. Der Kommentar, den man also hören kann in Regierungskreisen, in Militärkreisen, da ist von einem peinlichen Amateurismus die Rede. Und im Übrigen hält man sich mit der Kritik aber etwas zurück, ganz einfach, weil man Putin nicht in die Hände spielen will. Das ist ein Destabilisierungsversuch. Das sieht man hier auch in Paris. Das sieht also so, also nicht nur unser Verteidigungsminister. Und damit haben die Franzosen ja in der letzten Zeit schon leidvolle Erfahrungen gemacht. Da hat es mehrere Destabilisierungsversuche gegeben, wenn auch nicht im militärischen Bereich. Wie zum Beispiel diese Bettwanzenhysterie, die also angeheizt worden ist von russischen Trollen. Hier in Paris sind Judensterne auf Hauswände geschmiert worden. Das waren Moldaven, die vom russischen Geheimdienst angeheuert worden waren. Also solche Spielchen. Und dem will man jetzt keinen Vorschub geben. Aber ansonsten gilt, dass man, also wie gesagt, was diese Affäre betrifft, herrscht hier Kopfschütteln. Und im Übrigen ist man momentan sowieso nicht besonders gut auf Berlin oder sagen wir mal nicht besonders gut auf den Kanzler zu sprechen hier in Paris. Ja, lasst uns da doch mal draufschauen, denn dieser Abhörskandal ist ja wirklich die Spitze des Eisberges. Seit Wochen wird darüber gesprochen, dass man aus militärischer Sicht sehr unterschiedliche Einstellungen, vor allem mit Blick auf die Ukraine, hat. Wie tief sind da die Gräben aktuell? Also im Augenblick sind die so tief, dass zum Beispiel heute Annalena Baerbock hier nach Paris kommt, um ihren französischen Kollegen Seguernet zu treffen. Und das wird hier so ein bisschen als ein Krisentreffen eingestuft. Es geht wirklich darum, Paris und Berlin haben einen unterschiedlichen strategischen Blick auf den Krieg in der Ukraine. Macron drängt, der will ein aggressiveres Vorgehen. Und Olaf Scholz, der setzt auf vorsichtige Zurückhaltung. Nur das geht den Franzosen hier inzwischen wirklich auf die Nerven. Es gibt einen Spruch, den habe ich vorgestern gehört im Elisée-Palast. Wenn Putin hustet, dann sucht Scholz den nächsten Bunker auf. Also es wird ihm nicht nur zaudern vorgeworfen, sondern auch Duckmäusertum. Und man darf auch nicht vergessen, als Olaf Scholz angekündigt hat, dass er die Marschkörper nicht liefern wird. Das war wenige Stunden, bevor hier vergangene Woche eine große Ukraine-Unterstützerkonferenz stattgefunden hat. Und da hat sich Macron regelrecht vorgeführt, gefühlt. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass er das damit begründet hat, dass er ja dann Soldaten in die Ukraine schicken müsste. Das ist zwar kein Geheimnisverrat, aber London, Paris oder Washington, die Soldaten vor Ort haben. Und Verteidigungsexperten wissen das als Ausbilder, als Berater, als Beobachter. Sowas hängt man nicht an die große Glocke. Sowas verschweigt man. Und da wird Olaf Scholz also wirklich mangelnde Solidarität mit den Verbündeten vorgeworfen. Peter, danke schön für diese Einschätzungen aus Paris. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und dann geht's hier.